Hallo Leute und willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Freitag der 13. ist hier am Start. Im Background könnt ihr sehen, wie ich 28 Perks rolle, quasi so eine Art Case Opening. Und in dieser Zeit gehe ich mal kurz und knapp darauf ein, wie ich den Jason immer spiele. Das ist egal, welchen Jason ihr benutzt, ihr könnt jeden Jason in der Situation gleich spielen. Und solltet ihr auch meiner Meinung nach wirklich so machen, weil das die beste Taktik ist. Und ich im Normalfall immer alle 8 Leute erwische im Spiel, es sei denn die lieben oder nutzen irgendwelche Bugs aus. Aber ansonsten erwische ich immer alle Leute, wenn ich auf diese Taktik spiele. Und es ist auch eine sehr schlaue Taktik. Ich fange direkt mal an. Was ihr zuerst macht, ist ganz wichtig. Ihr holt euch die beiden Messer raus, die ihr direkt im Spawn habt. Direkt im Haus habt ihr noch 2 Messer, links und rechts von euch in der Wand, stecken beim Jasons Haus. Und die holt ihr euch raus, ganz klar. Dann portet ihr euch zuerst auf der Karte, könnt ihr alles sehen, wo alle Sachen sind. Das heißt Generatoren, wo die Polizeibox ist und so weiter und so fort. Ihr könnt nur nicht sehen, wo das Haus ist von Tommy Jarvis. Also ihr portet euch zuerst zur Polizeifonebox. Legt da eine Trap hin an diese Phonebox. Damit ihr schon mal die Chance, dass wir die Polizei anrufen, verringern. Weil die müssen die Falle entschärfen oder halt reinlaufen. Dann bekommt ihr ein Signal. Ihr hört das akustisch. Und könnt auf der Karte nachgucken, welche Falle wurde entschärft. Das ist dann so ein bisschen mit so einer roten Raute gekennzeichnet. Und dann portet ihr euch schnell wieder dahin. Es sei denn, ihr seid auf Cooldown. Aber sonst portet ihr euch direkt dahin. Und könnt somit eine neue Falle legen oder die Person dementsprechend töten. Wenn ihr auf jeden Fall dann eine Falle hingelegt habt, direkt zu Beginn, habt ihr noch kein Shift. Also ihr könnt zwar auch dann schon auf die Jagd gehen. Aber ist gegen etwas erfahrene Spieler schwieriger, die dann zu kriegen. Ist fast unmöglich, will ich mal sagen. Deswegen mache ich das so, dass ich, nachdem ich die Phonebox präpariert habe mit der Falle, gehe ich dann zu einem der Autos. Wenn zwei Autos vorhanden sind, gehe ich dann zu einem Auto, egal welches. Wenn es der Zweisitzer ist, lege ich nur vor der Batterie, also quasi vor dem Motor, lege ich da eine Falle hin. Dann porte ich mich als nächstes zu dem zweiten Auto, lege da, beim Viersitzer, das ist halt viel wichtiger zu verteidigen, lege da eine Falle hin vor der Batterie. Dann noch eine vom Benzinkanister. Und dann habe ich noch, Pi mal Daumen, eine Falle übrig, genau. Und mit fünf Fallen startet man ja, als die normalen Killer, außer man nimmt die, die nur drei Fallen haben oder den, der sieben Fallen hat. Aber die neutralen Killer, sage ich mal, die nichts Plus haben, Minus haben im Fallensystem da, von den Perks her, haben fünf Fallen. Dann habe ich noch eine Falle übrig, falls jemand die Phonebox entschärft, dass ich da noch eine Falle hinlegen kann. Warum lege ich keine Falle an die Autotüre? Ganz einfach, weil man kann, wenn man den Schlüssel hat, einfach über die Animation, wenn man dann den richtigen Moment A drückt, einfach über die Falle drüber laufen und die wird nicht geused. Deswegen ist eigentlich eine Falle an die Türe zu legen beim Auto total useless. Würde ich euch nicht empfehlen. Behaltet die lieber dann nochmal, damit ihr noch eine zweite Falle habt für die Phonebox. Und dann versucht ihr noch, währenddessen immer, wenn ihr eine Falle irgendwo hingelegt habt und ihr euch noch nicht porten könnt, weil ihr auf Cooldown seid, in dieser Zeit sucht ihr Objekte, wo ihr Messer rausziehen könnt und geht in die Nähe von Generatoren, die in der Nähe sind. Macht diese kaputt. Nach Möglichkeit macht ihr alle Generatoren kaputt, sodass ihr auf die Jagd erst geht, indem ihr quasi alles vertrappt habt und alle Generatoren ausgemacht habt. Dann habt ihr Pi mal Daumen von der Zeit, da kommt das bei mir immer ganz gut hin, habe ich dann auch die Fähigkeit Shift, dass ich dann auf die Jagd gehen kann, quasi nach vorne flitzen kann. Weil wenn die Generatoren alle aus sind, haben die kein Licht mehr, erhöhen damit die Chance, dass die Angst bekommen. Und wenn die Survivor Angst bekommen, hat man als Jason eine erhöhte Reichweite, die zu sehen mit der Fähigkeit Sense. Und die kommen schneller in diesen Angstzustand, wo die dann das Hut verlieren, wo die dann nicht mehr sehen, welche Items die haben, auf welchen Slots. Und unten rechts, was wichtiger ist, sie sehen ihre Ausdauer nicht mehr und die Minimap. Deswegen, meldet euch diese Sachen, geht immer sofort zur Polizeibox, weil da könnt ihr euch extrem viel Zeit fressen, wenn ihr es schaffen, den Polizisten zu rufen. Hört immer auf die akustischen Signale, wenn die einen Skillcheck verkacken beim Boot, beim Benzin, beim Strom, bei der Autobatterie oder beim Telefon, kommt immer ein akustisches Signal. Wenn ihr auf diese achtet, wisst ihr auch, wo die Leute sind, portiert euch da hin und dann heißt es Easy Snacken für Jason. Und was noch ganz wichtig ist, es ist ja random. Ob es bei Autos spawnen oder ob ein Auto da ist, das ist dann immer der Viersitzer. Und dazu noch das Boot ist in der Map. Wenn ich da alles vertrappt habe vor dem Box, dann gehe ich erst zum Viersitzer, lege da die Batterie, eine Falle hin, beim Benzin eine Falle hin, dann ist noch das Boot übrig. Da lege ich nie eine Falle hin, weil das ist total just, da eine Falle hinzulegen, weil die Leute, die können da easy drum herumlaufen. Aber was ich mache ist, man hört ja auch, wenn die die Skillchecks verkacken beim Boot, also beim Benzin verschütten, kann aber dann natürlich Auto sein und Boot. Wenn aber noch beim Auto die Falle aktiv ist, dann wisst ihr, das ist nur das Boot, da ist safe eine Person. Der Propeller gibt auch einen Sound von sich, wenn die da verkacken. Weiß man auch, okay, die bauen das Boot zusammen. Es ist aber so, dass das Auto ja, wenn es startet, hört man den akustischen Signal, das Auto startet, wenn das Boot aber startet, hört man nichts. Deswegen, wenn ihr in einem Boot-Gameplay seid, das heißt, wenn ihr ein Boot vorhanden habt in der Runde als Jason, achtet alle 20 Sekunden so gefühlt immer auf die Karte. Weil wenn die Leute mit dem Boot wegfahren, ist das für euch richtig Freekill. Aktuell ist es so, dass ich das Boot mit Absicht zusammenbauen lasse, wenn die Leute das zusammenbauen wollen, wenn die Skillchecks verkacken, gehe ich da gar nicht hin, je nach Situation, wie viele Leute noch am Leben sind, ob ich gerade einen verfolge, ob ich gerade auf Cooldown bin und so weiter. Im Normalfall lasse ich dir aber das Boot zusammenbauen, warte ein bisschen, bis die auf dem Wasser sind und dann port ich mich erst dahin, dann könnt ihr mir nicht mehr entkommen. Dann kannst du die easy snacken als Jason, zwei Freekills sind das dann einfach nur. Die können ihr Pocketknife nicht verwenden im Wasser, sind wie gesagt einfach tot. Das Boot ist mitten auf dem Meer und wenn jemand auf dem Wasser halt und wenn jemand da hinschwimmt, um das Boot zu nehmen und ihr nicht gerade irgendwie Fokus seid und anderen verfolgt, kommt ihr eigentlich auch locker dahin und könnt das auch wahrnehmen mit diesen akustischen Signalen, geht dann wieder dahin und holt diese Person wieder aus dem Boot raus, falls jemand sich dann trauen sollte, einfach aus Wasser zu schwimmen, was die wenigsten tun. Deswegen Boot-Gameplay, achtet alle 20 Sekunden auf die Karte, weil wie gesagt, da gibt es keine akustischen Signale, wenn das Boot startet, nur halt wenn diese Skill-Checks verkacken. Das war es zu diesem Video, bis dann Leute, der Amistag verabschiedet sich, weitere Fragen in die Kommentare, haut rein und ciao!